Einen wunderschönen guten Tag, Linda, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sonic Frontiers. Wir sammeln erstmal ein paar EP ein. Oh, guck mal. Direkt wieder was für die Verteidigung eingesammelt. Wenn ich schon hier bin, dann gehe ich doch schnell zu ihm, dann kann er das verbessern. So, jetzt ist die Verteidigung auf eine 18. So, ich sollte weitergehen, my friend. Nein, ich habe doch nichts gedrückt. Noch etwas, nee, ich will weiter. Ja, dann schlaf weiter. Lass doch einsammeln. Lass mich mal gucken, wo ich... Ah, gut, ich habe da was markiert, wo ich hin will. Okay, ist sehr gut. Dann gehen wir doch dahin, würde ich behaupten. Guck mal hier. Aha. Ach so. Ich dachte, da kommt noch was. Was haben wir hier unten? Ich glaube, eine Herausforderung. Genau. Wohin muss ich? Ja, ist jetzt auch nicht so ein weiter Weg, ne? Wie lange habe ich Zeit? Wahrscheinlich eine Minute oder so. 50 Sekunden. Ja. Ist, äh... Easy going, easy going. Können wir sogar hier durchgehen. Jetzt können wir sogar alles mit dem Turbo machen, oder? Ja. Da hättet ihr auch über 40 Sekunden machen können. Also selbst das wäre zu einfach gewesen, aber... Gut. I mean... Es geht ja hier eher wahrscheinlich ums Erlebnis und nicht um den... Um den Skill. Na? Denke ich jetzt mal. Naja. Kann ich hier... Nein, komm schon. Okay. Cool. Ähm... Da ist noch eine Herausforderung. Was ist hier los? Noch ein paar Gegner. Alle weg. So, lele. Easy peasy. So, da ist klar. Müssen wir den hier machen. Und den Ball da durch den... Durch den Ringer, hä? Hoppala. Komm schon. Ey. Ja, geht doch. Ich bin einfach verdammt gut in allem, was ich mache. Ja, wieder ein bisschen was freigeschaltet. Aber der eine Teil dort, der noch nicht freigeschaltet ist, das regt mich ein bisschen auf. Naja. Guck mal, hier ist das kleine Mädchen. Was willst du? Versuchst du auch mehr über diese Ruinen herauszufinden? Ziemlich unheimlich, dass hier keiner mehr ist, was? Die Technologie der Ahnen übersteigt dein modernes Verständnis. Unerwünschtes Gesindel wie du wird schnell eliminiert. Okay. Ich will nicht unhöflich sein. Aber meinst du, sie wurden von ihrer eigenen Technik ausgelöscht? Nein. Okay, okay. Hier ist nicht nachreden. Ich lass dich allein. Das war einfach nur ein Gespräch. Okay. Guck mal, der schöne Wasserfall. Eieiei. Das sieht wirklich toll aus. Oh, guck mal hier. Ja. Das nehmen wir auch mit. Äh. Wie was ist das hier? Don't know. Ähm. Ich mach jetzt einfach mal dahin eine Markierung. Weil. Irgendwo da muss ja noch eine Herausforderung sein, oder nicht? Oh, shit. Äh. Haha. Ich geh nochmal zurück, bitte. Sehr gut. Guck mal, da ist eine Herausforderung. Man sieht sie aber nicht. Also auf der Map sieht man sie nicht so. Was ist eigentlich mit dem Ding da? Kein Plan, man. Ist das die Herausforderung, oder ist sie da oben? Ich hab das Gefühl, die ist oben. Okay. Okay. Ähm. Wait a minute. Ähm. Nein, jetzt flieg ich wieder den ganzen Scheißweg zurück. Come on. Nein. Ah. Jejejeje. Falsche Seite. Hahaha. Gehen wir mal hier durch. Das Rätsel haben wir ja schon erledigt. Wie komm ich denn da hin? Da oben ist das wahrscheinlich. Ne, da vorne. Guck mal. Oh, warte. Da sind noch ein paar Gegner. Mach die Lockstellen alle weg, bitte. Danke. Belohnungen mitnehmen. Und dann gehen wir zur Herausforderung. So. Das hat wahrscheinlich mit dem hier was zu tun. Muss ich, äh. Hä? Ah. Ähm. Okay. Muss ich einfach alles aktivieren, oder was? Nur die... Ah. Okay. Nur die drei. Okay. I'll take it. I'll take it. Und jetzt hab ich auch das frei. Super. Oh. Guck mal da oben. Äh. Lass ich doch noch bitte da zurückgehen. Danke. Guck mal, der Bursche ist ja... Ah, das ist der allererste, wo ich war. Genau. Genau, genau, genau. Wo ist er denn? Hier oben. Guck mal, du kannst mir auch nochmal mein Zeugs verbessern, oder? Hallöchen. Ja. Was kann ich noch für dich tun? Ähm. Nichts. Ich geh weiter. Danke. Also gut, da ist schon die nächste Herausforderung in der Nähe. Also, in der Nähe. Ich bin ein bisschen übertrieben, aber... Was ist, wenn ich hier hochgehe? Ähm. Okay. Ich beschleunige jetzt mal noch nicht. Gut. Also, wo, wo komme ich da am Ende hin? Das ist jetzt eigentlich die große Frage. Hä? Ah, nee. Das ist nicht der gleiche Ort. Sehr geil, ja. Was zum Teufel ist denn da oben, bitte? Okay. Oh, boy. Nein. Geh weg da. Heilige Scheiße. Okay, das war ordentlich. Hab, glaube ich, über 100 Münzen gesammelt. Ringe. Entschuldigung. Es sind Ringe. Ja, guck mal, hier noch ein paar... Äh, vier Kokos. Was haben wir hier zum Erledigen? Ähm. Ach so. Ja. Und dann hier hoch. Und das war's. Easy. Okay. Wir haben immer mehr. Was, äh, super ist. Die Frage ist, da unten... Was ist das da? Ah, da drüben. Aber wie komme ich da hin? Ach du Scheiße. Ja, jetzt habe ich die Hälfte meiner Ringe verloren. Oh, Gott. Bin ich doof, du. Warte mal. Mach mal die Markierung da weg. Äh, markier mir mal... Da. Das möchte ich noch freischalten. Holy shit. Okay. Cooles Versteck. Oh, wo willst du mich denn hin? Keine Ahnung. Ich will aber in die Richtung gabieren, bitte. Danke. Was muss ich hier machen? Du bist nicht bereit. Kehre wieder, wenn deine Zeit gekommen ist. Ist mich verarschend? Setze die Hauptgeschichte fort. Dann kann ich dieses Rätsel gar nicht machen hier. Oder? Ach, Scheiße. Ja, dann gehen wir auf. Da hoch muss ich gehen, hä? Ah ne, hier ist das Rätsel. Oder ist das ein anderes? Ne, das ist schon ein anderes. Ja gut, wenn ich hier bin... Machen wir es halt schön. Dann hole ich da den Chaos Emerald. Was ist das jetzt? Muss ich da... Den hier machen? Ja. Zaubi da was Einfacheres, hä? Komm, geh... Ach, geh da hoch, komm. Den nehmen wir auch gleich mit, komm. Fehlt... Ah, da oben hat's doch. Okay. Okay. Easy peasy. Easy peasy. Ja, guck mal, da hab ich die Ecke doch vorgeschaltet. Okay. Super. Perfekto. Also, was ich jetzt mache, ist, äh... Da ist da meine Belohnung erstmal abholen. Das ist klar. So. Ähm, und dann muss ich da dieses Monster noch schnell toten. Dankeschön. Ähm. Ja, scheiß auf diesen Squid. Oder soll ich den besiegen? Ne, hab ich keine Lust. Nein! Ähm. Ich komme ja da eh nicht hoch. Von daher, fuck it. Ähm. Ja, ihr könnt die dramatische Musik wieder ausmachen. Brauchen wir alles nicht. Ähm. Geh mal da nach unten. Tower. Oh. Dann besiegen wir den halt schnell. Wow, 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 wow. Komm, mach den Scheiß kaputt da. Hat er mich getroffen? Ne, ne? Was? Jetzt fährt er völlig durch, oder was? Komm. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Na, komm. Nein, und ich wurde noch getroffen. Ach, reck mich doch am Arsch. Oh, wow. Ja, hallo, die Ringe gehen weg. Super, danke für nichts. Bin ich wieder von 200 auf... ...24 runter. Ja, ist, äh, super. Na, ja, wir gehen erst mal hoch. So. Hey, 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 hey. Hallo. Zama. Schön langsam, meine Freunde, okay? Ja, komm, ein kleines bisschen noch. Ja, sehr gut. Das ist ein ordentlicher Weg bis nach oben, oder? Äh. Okay. Oh, mein Gott. Okay. Komm, ich mach die einfach so weg. Okay. So. Äh. Easy. Und jetzt? Macht das auch schon kaputt? Oh, ja. Ja, mit den Münzen. Ich sag immer Münzen. Warum sag ich immer Münzen? Ich weiß es nicht. Okay. Hat trotzdem nicht funktioniert. Das ist das Wichtigste. Gold in der Mitte nehmen. Okay. Ach, shit. Ähm, okay. Sehr gut. Wir sind oben. Cool. Machen wir hier mal noch schnell alles kaputt. Falls das geht. Nee, das geht nicht, hä? Na gut. Dann holen wir den Chaos Emerald. Ausjusen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mein Tempo, das ist eigentlich das Wichtigste. Die Ringkapazität ist mir egal. Weil, ja. Ich verliess sie sowieso immer. Von daher, fuck it. Kann ich noch was? Okay, nee, das war aber alles. Na gut. Warte mal, so. Nein, oh doch. Sehr gut. Hey, me. Nein, es ist zu gefährlich. Nein, es ist zu gefährlich. 爽 Sie haben sich gefunden, kurz vor dem Ende. Jetzt sind sie zusammen. Nimm dir kurz Zeit. Ich gehe schon mal weiter. Ja, wir gehen auch weiter. Äh, sprich mit Amy, ja. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wie viel mal muss ich denn noch mit ihr reden? Das ist ein bisschen blöd geworden. Hey, denkst du immer noch an die Coco? Ja, und an mehr. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber ich habe eine Liebe gesehen, die die Zeit überdauert hat. Ich glaube an diese Kraft. Wenn das hier vorbei ist, will ich diese Liebe mit der Welt teilen. Selbst wenn uns das trennen würde. Du wirst das wunderbar machen und erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Oh, guck mal, jetzt habe ich das Rätsel frei geschaltet. Super. Was ist, Amy? Schau, war die Region vorhin nicht gesperrt? Ich glaube, du kannst jetzt interagieren. Ich glaube, manche davon kannst du drehen. Vielleicht ist es wie bei den anderen Rätseln und sie zeigen mir den Weg zum Titanen. Im Versuch ist es wert. Mal sehen, welche Richtung stimmt. Sieht aus wie ein Muster auf dem Boden. Unter den Grabsteinen scheint es Schwarze zu geben, die sich drehen lassen. Hä? Was für... Klingt ein bisschen komisch. Dreh diese Steine in die richtige Richtung. Das Muster auf dem Boden gibt dir einen Hinweis. Ja, das machen wir morgen. Für heute ist eigentlich erstmal Schluss. Ich bin ab dem Zuschauer. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.